Geschafft. Du studierst an der Columbia. Ja. Unsere Bibliothek ist unsere Kirche. Und das hier sind die Sakramente. Lassen wir sie doch mal erklingen, diese Worte. Was hält die? Nein! Wie heißen Sie? Allen Ginsberg. Bist du Schriftsteller? Nein, bin ich nicht. Du wirst es noch nicht, nein. Unter den richtigen Umständen könnte selbst er die Welt verändern. Herren im Wunderland. Auf die Fähigkeit zu lesen. Lesen und Lesen Natur. Die neue Vision. Du hast es raus. Reißt sie in Stücke, Jungs. Zerstört das Alte und erschafft es Neue. Willkommen am Ende der Welt. Eine literarische Revolution, ohne selbst ein Wort zu schreiben. Klasse, Luke. Er ist ein Professor, der die Finger nicht von mir lässt. Dann sollten wir ihn loswerden. Was ist denn hier los? Das hier ist erst der Anfang von allem. Bis ein Bruch, den wir ersehnen. Das Muster stört und bangt. Weißt du es noch nicht? Nein, was? Die Polizei ist gekommen. Du hast ihn doch zu mir geschickt, weil du ihn auch los sein wolltest. Sag die Wahrheit, Luke. Du warst nicht dabei. Das hier ist deine Wahrheit. Fiktion. Ein Liebender stürzt in das Universum. Der Kreis ist durchbrochen. Wie alle Liebenden und Unglücklichen bin ich ein Dichter. Nun, ich will Ihnen zu Ihrem Text sagen, er ist schmutzig und er ist absurd. Sie haben ihn ganz gelesen?